Weißt du, früher war das anders. Ich hab halt bloß immer Angst gehabt, dass ich die Mutter verliere. Dann hat man doch eine komplette Wohnung, Einrichtungen und Geschirr und alles. Und alles musste zurück wissen. Wenn man denkt, den Frauen muss schon was abverlangen. Und niemand hat sich getraut, was zu sagen. Alle hatten Angst. Ich weiß, wie ich gekommen bin, dann bin ich in der Ecke gesessen und hab geweint. Weil ich weg hab müssen. Aber mein gut. Ich meine, wir dürfen im Großen und Ganzen nicht jammern. Uns ging es ja noch gut gegen so viele, viele andere. Dann bist du irgendwie, glaub ich, so froh, dass du überhaupt noch da bist. Weißt du? Wer ist